Auf meiner Masurenreise werde ich auch mit Spezialitäten vom Feinsten verwöhnt. In diesem Gasthaus in Ryn bekommen wir den gesamten Querschnitt der regionalen Küche. Es ist typisch Masurian Essen. Kartacze, Pomoczka, Kartoffelpuffer mit Fleisch gefüllt und Kraut. Stelze auf polnische Art, Fisch, Kartoffeln, also Saugspezialität aus Polen. Ich kann nur sagen, alles schmeckt. Abnehmen in Polen kann man nicht. Das garantiere ich Ihnen.